Da kommen sie, hier neues Feuer. Den schlusseln wir da wieder rein, schlusseln wir da wieder rein, schlusseln wir da wieder rein. Okay. Oh, warte. Burn, baby, burn. Ah, nein, das rote Sloat nicht. Das rote Sloat nicht. Der macht ex... Ja! Nein! Komm! Ja! In Feuer gekickt. Herzlich willkommen, Leute, zu einem unglaublich guten Spielmodus in Minecraft. Der befindet sich noch in der Beta, und zwar geht es um Minecraft Online Battle Arena, also ein MOBA in Minecraft, an LOL angelehnt. Heute mit dabei, Grant. Moin. Maru. Hallo. Im Gegnerteam Kapuze. Yes! Julia. Hi! Und Lobius. Hallo! So, wir stehen jetzt beide, also beide Teams stehen noch in ihren Basen. Wir haben noch nicht angefangen. Ich zeige euch das eben ganz kurz in der Basis auch. Also euch erkläre ich das. Das Ding, was als erstes vor euch steht, ist euer Nexus. Das ist die Hauptbase sozusagen. Der Beacon, der muss am Ende zerstört werden vom Gegnerteam. Die beiden Sachen, davor sind Türme, die schießen auch auf euch. Aktiviert werden die Türme, das müsst ihr auch einmal machen als euer Team. Einmal dagegen schlagen mit der linken Maus, gegen den Obsidianblock. Dann steht oben drüber lila Geschützturm. Tatsächlich. Genau, so, das einfach so lassen. Dann ist er aktiv. Aktiv. Auf diesem Block bei uns müsst ihr draufhauen, um ihn kaputt zu machen. Und wir bei euch, um ihn kaputt zu machen. Auf den Obsidian. Genau. Einmal alle Türme aktivieren, die ihr in der Basis habt. Es sind insgesamt halt fünf Stück. Die beiden am Nexus. Das ist die Basis. Man kann ja gar nicht sprinten. Und auf jeder Lane, einer doch mit Shift, kann nicht sprinten. Ist der da hinten schon aktiv? Ja. Also sagt mal am Schein, wenn ihr alle Türme aktiviert habt. Also wir gehen so langsam, wo das ist die Klasse? Ja, also ich kann nicht sprinten. Wie viele Essenskeulen habt ihr denn noch? Voll. Ja, voll. Dann müsstet ihr sprinten können. Ich kann auch sprinten. Ich kann auch sprinten. Ja, dann haben wir eine andere Klasse. Wir gehen fast. Oder habt ihr... Steuerung. Vielleicht habt ihr einen Tank. Steuerung. Vielleicht habt ihr... Ja, das kann sein. Oder ihr habt es halt nicht belegt. Sprinten. Nein, nein. Aber doppelt nach vorne. Ich weiß, ich weiß, ich weiß ja, wie man sprinten. So gut kenne ich mich aus. Aber wir können echt nur gehen. Also wir haben eine Klasse. Also mein Sprinten geht nicht, dass es eigentlich gehört. Ähm, dann halt, äh, Sinn der Sache ist es halt, die gegnerische Basis zu zerstören. Man muss mindestens fünf Türme kaputt gemacht haben vom Gegnerteam, um die Basis angreifen zu können. Und es gibt drei Gänge. Links, rechts und in der Mitte. Also normal, wie man es von League of Legends kennt. Also drei Lanes. Und deswegen spielen wir jetzt in dem Fall mal zu sechst. Ähm, jeder verteilt sich einfach auf eine Lane. Sagt nicht, wohin ihr geht, dann sind die Gegner zufällig. So. Dann hat jeder einen Gegner. Geht ganz weg. Stellt euch einfach mal davor und nicht loslaufen. Stellt euch einfach in eurer Base vor den Gang am besten. Und, ähm, ja, Sinn des Spiels ist natürlich die gegnerische Basis zu zerstören. Ich stehe vor meinem Flur. Muss ich die Türme hier auch noch aktivieren dann? Äh, ja, alle Türme musst du dann aktivieren. Gleich, wenn es losgeht aber erst. Ähm, jedes Mal, wenn ihr halt Gegner tötet oder so weiter, bekommt ihr Geld. Ihr habt, äh, zum Beispiel könnt ihr gleich nochmal zurückgehen. Gold rechts auf der Seite. Für jede Spielminute gibt es ein Gold. Äh, in eurer Basis, ganz hinten, gibt es einen Händler. Der könnte Sachen kaufen. Der steht da. Rechte Maustaste anklicken. Dort gibt es dann, äh, Sachen, die eure Stärke erhöhen, die eure Mana erhöhen und so weiter und so fort. Also, seht ihr dann. Ist nicht besonders viel, aber ist eine feine Sache und es kostet auch sehr viel. Also, dauert ein bisschen. Ähm, wenn das Ganze aus der Beta raus ist, wird es auch noch Minions geben. Das dauert noch ein bisschen, bis es soweit ist. Das heißt, auf den Lanes werden auch Monster langlaufen, ähm, die halt noch für euch kämpfen. Momentan gibt es nur Champions. Deswegen ist ein 5 und 5 eigentlich am besten. Ähm, so, das erstmal dazu. Dann hat jeder von uns, es gibt viele verschiedene Kleine, momentan sind es 6 Stück oder so, und ihr habt unten 3 Skills oder 2. Ich weiß nicht, ob jeder 3 Skills hat, das weiß ich jetzt nicht. Ganz rechts auf jeden Fall ist Teleport. Dann kommt ihr zurück in die Basis. Und eure ersten 3 Skills, bei mir sitzt zum Beispiel ein Pfeilregen, ein magisches Netz und ein magischer Pfeil. Ich denke, dass mein Pfeilregen ganz viele Pfeile auf einmal sind, so wie ein Shotgun, mein magisches Netz ein Slow und der magische Pfeil, da ob ein Schuss, der relativ stark ist. Ähm, wenn ihr die Fähigkeiten benutzt, verliert ihr Hungerkeulen. Das ist euer Mana. Das füllt sich mit der Zeit wieder auf. Ansonsten ist jeder Charakter mit der linken Maustaste halt gleich stark, ist er denn, ihr habt euch Stärke-Items in der Basis gekauft. Also, man greift mit der linken Maustaste an, sozusagen. Und mit der rechten Maustaste benutzt man Fähigkeiten und verbraucht aber Mana für die Skills. Okay. So, das halt dazu. Ähm, ja, und ansonsten, wie gesagt, Minions fehlen leider noch. Wir sind in der Close-Beta. Momentan kann man nur mit Beta-Key spielen. Ähm, das wird auch noch eine ganze Zeit so sein. Aber jeder von uns bekommt Keys zum Verlosen an die Zuschauer. Cool. Also, extra für uns das Ganze hier gemacht. Der Server ist auch momentan gerade für uns eingerichtet. Eigentlich ist es ein 5 gegen 5, aber wir haben hier einen eigenen Server bekommen, um euch das zeigen zu können. Und, äh, wie gesagt, äh, wir verlosen dafür Keys. Wir können uns dann auch gerne im Stream oder sowas zusammenspielen oder in Aufnahmen, weil, wie gesagt, am Anfang gibt es noch nicht viele Spieler, weil es alles closed ist. Und wenn das Ganze online geht, wird halt noch viel kommen. Es wird bestimmt auch neue Klassen natürlich geben und so weiter und so fort. Aber ich würde einfach mal sagen, wir fangen mal an. Wir können auch später die Lanes gerne irgendwie tauschen, dass wir alle auf eine Lane gehen, damit es spannender ist. Oder lasst uns das doch einfach so machen, oder? Wir gehen alle in die mittlere Lane. Ich glaube, dann ist einfach mehr Action, weil ohne Minions ist es sehr schwer. Und wenn ihr beide jetzt wirklich einen Tank habt, dann könnte ich euch ja einfach umtanzen, so ungefähr. Ihr könnt mir eh nicht hinterherrennen. Dann gehen wir einfach alle in die Mitte, ja. Okay, Grants ist schon da. Mau, kommst du auch rüber? Ich renne ja gerade durch den Dschungel. Keine Ahnung, wo ich bin. Dann mach rückrufen, komm in die Base. Darüber, du sagst, dass da eure Spells sind unten. Ach, du bist schon draußen? Ja, wir haben eine normale Waffe dazu. Ja, 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 pass auf, pass auf. Aber was habt ihr bei Waffen? Was steht da drüber, wenn ihr drauf geht? Da sind sie. Erhält ein Schwert und Axt des Mutes. Okay, das heißt, ihr habt wirklich Nahkampfangriffe. Ja, und Axt des Mutes. Kapuze. Die Axt, wenn du rechtsklick machst, schleudert ein Stück. Ja, stimmt. Ihr müsst übrigens, wenn ihr auf unseren Turm haut, mit der linken Maustaste, immer einzeln drücken. Jeder Klick macht Schaden. Taste gedrückt halten funktioniert nicht. So, damit es halt auch ... Damit die Maus ein bisschen geraped wird. Ja, und man ist halt schnell. Okay, seid ihr bereit in der Mitte? Ja. Okay, dann geben wir mal alle auf die Mitte. Habt ihr eure Tür aktiviert? Ja. Da sind sie, da sind sie. Mit der wilden Converte. Was, der wirbt seine Axt her. Hier, Vollwing. Höllenfeuer. Ja, falls sich die Leute fragen, warum wir so komische Partikel haben, das ist etwas, was man sich kaufen kann. Im Premium-Shop. Ja, eigentlich ist das nicht so unübersichtlich. Ich schlage! Ich kann mich bewerfen, magisches Netz auf Kapuze. Okay, das hat nicht geklappt, aber schubsen. Oh, was ist das? Ich wurde gesloat. So, wie heißt das, was du da? Was? Nein, ich doch nicht. Ich hab keine Ahnung, was der Trank genommen hat. Ich hab kein Wahler, aber ja. Oh, na, oh shit, ich hab nicht genommen. Ich bin tot. Ich hab ihn getötet. Ich bin tot. Hey, was soll die Karte? Komm zurück, Julia, komm zurück, Julia. Nein, holt euch Julia. Holt euch Julia. Holt euch Kapuze. Du hast keine Chance, ich hab keinen des Mutes. Okay, hier, dann gibt's jetzt das Höllenfeuer. Das habe ich noch nicht so wirklich verstanden. Es gibt aufs Maul. Ja, kommt zu mir, kommt zu meinem Turm. Ich bin doch nicht blöd. Dann können wir mir zu dritt draufhauen, ich schlag drauf. Ich hau den Turm. Ja, komm, ich hab jetzt recht, aber. Ich hab mich erwischt, aber der hat nur noch 80 Leben. So, wenn ihr jetzt in der Base seid, dann habt ihr gleich auf der rechten Seite seht ihr halt, wie viel Health, Damage und Magen ihr habt. Und dann seht ihr halt Coins. Ich hab 13 Gold. Da kann man euch jetzt nach am Shop mal gucken. Wieso krieg ich kein Gold? Ich will aber eben, wenn ihr einen Kill gemacht habt oder sonstiges. Da ist Lobios, Vorsicht. Oh, danke. Oh nein, hat mich einfach getötet. Wenn ihr ein Item kauft, wird es einfach aktiviert. Ihr müsst es nicht anlegen oder nutzen. Es wird einfach sozusagen zu euren Buffs dazu gezählt. Ich bin geschützt, du bist fast kaputt. Was soll das? Oh, Lobios ist überhaupt ein Fall. Lobios. Nein. Wo steht nochmal mein Gold? Jetzt geht's auf die Flanke. Sie sollten ein bisschen defensiv vorgehen. Defensiv? Wo drauf? Genauso wie die? Antacke. Nein. Ich hab ihn gefangen. Ich hab Lobios gefangen. So, sie sind Kack. Turm da drauf. Oh nein. Ich hab ihn kaputt gemacht. Komme. Nee. Was? Was? Ich mach was anderes. Nein. Die verstecken sich ja in ihrer Base. Ich hab den Turm kaputt gemacht. Nein. Das gibt's doch nicht. Oh, ich hab jemanden gekriegt. Nein. Kapuze hier. Nebs. Wie gefällt dir das? Wie gefällt dir das? Geht recht. Oh, mein Leben sucht das Schwäch. Der Turm und ein Helfer geht. Der dein Helfer geht. Durch den Jungle kann man verstecken und sehen. Jetzt schieß ich die Axt. Der ist schon kaputt. Ich hab den ersten Turm kaputt gemacht. Achso, da steht ein. Verdammt. Achso, wenn der Block weg ist, ist er kaputt. Dann schießt er auch nicht mehr. Ja, ja. Jetzt hab wir doch sehen. Oh, ich hab die Mose. Versteckt euch nicht. Ich hab nicht mehr viel AP, aber ich kann doch Netz werfen. Ich kann doch nicht mehr. Was ist das? Nein. Ich hab die Eisenachs gefangen kurz. Irgendwann ist das hier explodiert. Warum hält ihr so viel aus? Wie sieht doch die Tanks? Brennet. Brennet. Ich bin tot. Denkt dran, auch immer schön items kaufen, wenn ihr tot seid. Ja. Okay. Achso, lol. Das hab ich voll vergessen. Starker Wein. Wieso habt ihr Schwerter? Weil das so eine Nahkampfklasse ist. Die haben keine Fähigkeiten. Ach, okay. Ich brenne. Starkes Bier. Starken Wein hab ich mir gegönnt. Ja, wie gesagt, wenn ihr euch das später noch mit Minions vor... Hallo? Sind denn hier in einer eine Falle gelegt? Oh, die fliehen. Die verlieren. Irgendeiner muss in den Trap... Ich komm hier nicht durch. Ich wurde getrapped. Der nächste Geschützturm von denen. Los. Los. Ah, okay. Ich hab mir neu, ich hab keine Fähigkeiten. Jetzt komm ich durch. Los, hilf dir. Das ist Julia hat dein Leben. Hilf dir, hilf dir. Hilf dir, hilf dir. Hilf dir, hilf dir. Hilf dir, hilf dir. Wir haben sie jetzt noch Lobios hier fies von hinten am Shop. Nein, hilf dir, hilf dir, hilf dir. Komm, 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 mach ihn fertig. Feuertball! Direkt da, wo du respawnst, ich hab da eingesperrt. Direkt da, wo du respawnst, ich kann ihn nicht treffen, wenn er da drin ist. Lobios brennen. Ja. Los. Wie viel Geld hab ich? Wo seid ihr? Kaput sind, was machst du? Ich will irgendwie herkaufen, aber ich weiß ich wie. Du musst... Der Mini, äh, der Typ ist hinter uns, du bist das unser Nexus. Ja, eure Basis ist das. Ja, der Typ steht da an der... Ja, ja, er ist kaputt. Das magisches Netz, okay, das hat nicht geklappt. Nein. Feuertball. Komm her, komm her. Haha. Du bist das ja nicht immer festhalten, ne? Du hältst mich immer da. Da ist er. Äh, einer ist tot, einer ist tot. Oh, was war das denn? Ja, die Catchline hier, hier ist irgendwo ne unsichtbare Wand. Irgendeiner hat hier ne unsichtbare Falle hingelegt. Oh, ja. Hier, Feuer. Oh, die Axt hat mich voll erwischt. Ja. Feuertball. Feuertball. Doch, doch, doch. Gedregt. Gedregt. Ich weiß überhaupt nicht, wie viel Mana ich für die ganzen Skills brauche. Das siehst du beim ersten Mal benutzen. Jetzt reicht's. Ich gehe durch den Jungle. Welcome to the Jungle. Das ist Kapuze, Leute. Ja, der Mighty. Mighty Jones? Oh nein. Oh nein. Ich habe mich durchgesneakt. Hier. Antacke aus Alu. Wo ist er? Wo ist er? Geh in Regt. Wir müssen weg. Dorn. Gelafin. Nein. 40 Leber. Der Turm noch. Der Turm haben mich abgeknallt. Und jetzt durch. Wir warten, wir sind eine Leiche und verkaufen sie. Das ist ja auch nichts mehr wert. Aber wir probieren, aber wir sehen, wie viel Gold man hat. Ich sehe es immer nur, wenn ich nicht hingucke. Das wird immer geswitcht nach fünf Sekunden oder so. Ja, der Turm hatte. Der ist sogar der erste. Der hat zwei Kills und noch nicht mal gestorben. Feuertball. Nein. Jetzt hier extra feste. Hier Jones. Oh, diese dreckige Falle. Hier ist eine Trap. Kann man die abbauen? Bestimmt. Die ist hier irgendwo. Die muss ja hier am Boden liegen. Oh, mein Höllenfeuer. Geh in Regt, Jones. Ah, ich will mich nicht teleportieren. Er wollte sich wegteleportieren, weil nicht mehr viel Leben hat. So sieht es aus. Los, komm auf den Turm. Komm, komm, weiter weiter, Leute. Zu dritt machen wir den Turm. Bei mir wird da nass. Was, der? Oh nein, hier ist eine Falle. Schnell. Komm, 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 Leute. Ich kann nicht, da ist eine Falle. Die, 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 die. Die. Die, 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 die. Gehen Regt. Oh, der Turm ist down. Yes, Lobos, gut gemacht, Lobby man. Ey, der Turm ist weg. Ah, fuck. Lobos hat das gut gemacht. Die sind sehr stark. 16, ich kann mir noch was holen. Ein kleiner Talisman. Ein kleiner Talisman. Ein kleiner Talisman? Dann macht mein Skill mehr Schaden. Also in Minecraft macht noch das definitiv mehr Spass? Mein Mann, dass ich selbst Dank für jeden Fall war's. das wird alles natürlich auch noch aufgelistet und so weiter gerade was die fähigkeiten machen wie gesagt wir sind hier in der klost also ich weiß leider nicht was mein magischer fein macht der kostet ja gesessen trauen sich nicht trauen sie an den tor oder was das ist ja nein ich habe ihn getötet was soll er das im tor dann kriegst du jetzt ich habe ihn ins netz geschossen eigentlich starkes ich habe höllenfeuer ich habe mein leben geht über zwei dinge hier brennt ich hasse euer team in die falle gegangen komme ich bin in dieser dreckigen falle ich komme halte durch diese dreckigen falle so ich weiß nicht wie viel gold ich habe drei ok der muss kohle haben genau so wie der ist da er hat sich versteckt da läuft das ist glaube ich ein freeze aber du wirfst nichts du musst ihn einfach nur anziehen und wer hat er seinen meister gefunden wer kommt da der ist doch gleich tot ich komme ich komme ich sehe ich sehe nichts wenn es rot wird das das problem Ah, ein Blind vielleicht. Ja, also ich sehe die ganzen nur Würfel vor mir. Oh oh, er kann auch sprinten, ich kann nicht sprinten mehr. Komm her, komm her. Ah, was war das für eine Bombe? Das ist mein Ulti gewesen. Kaputsch hat er irgendeinen Trap gelegt oder so. Du hätt auch einen Trap gelegt, die mich gekillt hat gerade. Ich hab von so einer Bombe gekillt. Was, ich hab ein Canvas Inferno gekauft, was mach ich damit? Das wird einfach angelegt, also du musst gar nichts machen, die Stats erhöht ist. Beim Kaufen steht zum Beispiel 2 auf Stärke, das wäre dann Nahkampf. 2 auf Skill, das heißt deine Fähigkeit macht mehr Schaden und so weiter. Ah, okay. Komm, wir müssen jetzt mal wieder einen Turm angreifen. Juli, bist du jetzt auch so schnell? Leute, zu dritt. Das ist die Falle von Julia. Die Axt, glaub ich, geht jetzt am Boden liegen und macht dir ja einen Schaden oder so. Ah ja, warte mal weiter. Oh, da oben, ich schalte dir an den Lumpen. Und jetzt an der Seite. Hallo, ich bin hier oben, Leute. Und da kommt die Grenade. Hey, du geht drückt. Ich will euch brennen sehen. Was ist da los, Julia? Wow, ich hab von dir extra. 13 Gold, ey. Ah, danke. Ah, du nix. Maru, komm zurück. Ah, ich hasse es, dass es viel zu langsam ist. Maru flüchtet. Haha, guck mal. Verdammt. Ich hab nen Tower gehittet. Oh, ich glaub mein Mana wurde gar nicht erhöht, obwohl ich das gekauft hab. Ja. Es kann sein, dass deine Fähigkeit dann einfach weniger Mana kostet. Aha. Ah ne, jetzt steht's Mana 3, alles klar. Ah, das ist ne gute Idee, das Feuer auszumachen. Sehr gute Idee. Ich hab's zwar da hingelegt, aber... Da kommen sie. Hier, neues Feuer. Den schlusseln wir da wieder rein, schlusseln wir da wieder rein, schlusseln wir da wieder rein. Okay. Oh, warte. Burn, baby, burn. Ah, nein, das rote Sloat nicht. Das rote Sloat nicht. Der macht... Ja. Nein. Ja. In Feuer gekickt. So wer war da? Ja, komm, 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 komm. Das war ja nix. Gedodged. Oh shit, oh shit. Komm. Da, 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 da. Drecksfeuer. Drecksfeuer. Wie macht ihr so viel Damage? Sachen kaufen. Ja, das ist so verwirrend. Ich komm in Loll schon mit den Shop-Dingen. Ja, ich auch nicht. Hier gibt's ja jetzt nur 10 Sachen. Das ist schon zu viel. Ey, wer ist das da? Da. Da, scheiße. Ja, ja, die wollte den... Ach so. Scheiße. Da, du willst hinten rum. Da, du willst hinten rum. Was gibt's da? Oh, diese Fallen! Die Wand, ey. Ich lauf auch immer wieder rein. Ich hab einen starken... Ich kann auch da nicht lang, irgendwie. Ja, du musst da... Ich lauf immer links runter. Irgendwann ist die ganze Dingens kaputt. Da ist noch eine, alles klar. Die Fallen sind alle von Julia, die Fallen sind alle von Julia irgendwie. Es gibt zwei Stück. Guck mal da, guck mal. Oh, cool. Hast du Damage gemacht? Auf 74. Komm, ich mach mal nass jetzt. Hier. Jetzt wird er dann noch getrappt. Oh, im Feuer. Das ist hart. Helf mir, helf mir. Das ist hart. Hier, geh wieder zurück. Helft ihm dich? Weißt du, Julia ist doch fast totbestimmt. Wer ihm hilft, wird getötet. Nein, nein. Lobios. Ah, verdammt. Julia will angreifen. Hier. Nein. Doch. Nein, 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 nein. Ich bin der Töter. Ich bin der Töter. Ja, ich komm nicht durch. Ich sterbe an Julia. Leute, gib mir Deckung. Immer links am Rand laufen. Neun Gold, shit. Da kann ich noch nichts sehen. Kapuze, komm, wir laufen durch. Die sind nicht bei der Race. Wo gehst du hin? Ich brauch mehr Geld. Ich brauch's die ganz teuren Sachen holen. Den ganz, den ganz teuren shit. Oh Gott, da kommt er. Verdammt. Verdammt. Nein. Wow. Der hat gesessen. Hast du ihn gekillt direkt? Wieso krieg ich da den Kill nicht für, ey? Oh, Julia. Ah, da sind doch wieder diverse Fallen aktiviert worden von Julia, oder? Nein. Hier, magischer Pfeil gegen Julia. Hat auch nix geholfen. Der magische Pfeil weiß ich leider auch nicht. Ist leider unmöglich. Ah, Lobi, warst du keine Base von dir oder hast du deine Falle gelegt? Einfach nur. Welche Falle hat er auch auf Base? Äh, jetzt bin ich auf Base. Oh, der Tua. Okay, dann hast du dann hinter eurem Turm deine Axt liegen lassen. Oh, nein, Leute. Oh, nein, 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 nein. Bado, 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 bado. Wat?! Wie viel Gold hab' ich? Wie viel Gold hab' ich? Wie gesagt, nicht aufregen, ist also an der Beta, wir kriegen ja schon nix. 's nix. Weißt du, ob er weiß. Ich bin jetzt grad gestorben, ich war bei euch grad dran. Ich hab Lobios in so'n Netz gepackt, und hab dann draufgehauen. Ich war bei euch grad dran, und hab dann nach Julia's Axt gestorben, die noch umgelag. Und jetzt durch, jetzt durch, Leute, halt durch. Die renn durch? Die rennen gar nicht. Die rennen gar nicht. Guck mal hier, was macht der da? Gar nix, macht der hier im Netz. Ach im Netz, okay, hier ist noch ein bisschen Feuer dazu. Ja, weil er auch ein Schwert hat, das ist total ungefähr. Nahkämpfer, Nahkämpfer, Nahkämpfer bin ich. Unser Charakter ist scheiße. Ne, neuer ist er mit dem Netz. Turm ist kaputt. Nicht schlecht, Lobios. Ist wieder rot bei mir und ich kann mich bewegen. Nicht mehr genug Gold. Ich auch nicht, komm ich mal durch die Mitte durch, die Mitte ist fest. Ich lauf immer links am Rand, ich komme da durch, immer durch die Mitte. Bis ich da meine Axten schmeißen, dann kommst du auch nicht mehr durch. Ach, noch ne Falle. Ah, jetzt kommen wir. Dahin kommen sie schon wieder hier. Wir kommen da durch. Nicht auf mich hier, nicht auf mich. Nimm ein Feuerball. Kommt der, kommt der, kommt. Na los. Wie gesagt, ist ja auf jeden Fall nicht gewollt, dass die Axte liegen bleiben. Aber, ah Gott. Aber dann müssen wir einfach nur dann auch legen, ist ja kein Problem. Dafür ist es ja auch da. Ist ja auch ne Beta. Ja, grad ja. Ja, was soll denn, dass ich... Den uns in der Hölle ist irgendwie nichts. Ich mach kein Damage, ich bin immer so tot. Ich verstehe das Spiel nicht. Ah, verdammt. Was muss man wohl hier hauen? Oder ist der kaputt? Ich glaub der ist deaktiviert. Ich glaub wir können uns jetzt an den da wagen. An den Base Tower. Oh, Lobius ist hier wahnsinnig. Oh ja, jetzt. Wenn ich das, wenn ich das starke... Achso, ne das ist nur was der macht. Achso. Das ist nur welche Fähigkeit der macht. Der kann ich kaputt machen. Leute bleibt der, wenn ich starke Spiel kauf... Der bleibt. Ja, ja das bleibt. Verdammte Axt, nein. Ah. Ich hab gut Damage gemacht da. Ich will ja nicht sagen, dass... 42 hat unser Turm noch. 42 hat unser Turm noch. Ich hab nicht genug Gold hier, wie? Oh, die Axt. Oh, Mann. Hau zu, Maru, schneller! Hau du! Wir sind schon hier vorne. 30 Leben hat der Base Tower noch. Ja! Ah, schau mal. Da wurde von kaputt gekriegt. Ja, wieso rennt... Ich hab mir dann eine Laufschuhe... ... die mir jetzt ständig... Renz! Lobius, Friessi! Oh, komm her! Oh Gott, keine Chance gab den Lobius! Nein! Na vorne! Erstmal Pause, ja? Ja, hier bleibst du da hängen. Paul, nee, jetzt klar! Erstmal Pause! Ach Mensch! Nee, nee, so nicht! Wer ist das da? Wer ist das, wer ist das? Ich bin das! Pause! Ich lebe wohl! Habe ich noch Gold? Ich touchtaune euch! Zeug mir mein Schrauben! Ach, der ist fast tot, sonst wäre nicht so... Oh, ich hab... Das war eine Video! Oh, da ist immer bei dem Turm! Bombmanngriff! Oh, nein! Dieser komische Dingnerv von dir da, Lu, ey! Mein Netz? Nein, du kannst so... Das wird so komisch gezoomt! Ist das der magische Pfeif? Vielleicht ist das der magische Pfeif? Man weiß es noch nicht! Nee, das ist zwischendurch, dass ich kurzzeitig so einen Zoom hatte. So, auf nach vorne! Oh, wie gut er hier über... Der linke Base Tower ist fast tot von dem! Der linke? Ja, der hat acht Prozent! Okay, dann schnapp ich mir! Kapuze kann mich nicht aufhalten! Ja, wie? Ich hab, glaub ich, die Lagen gesagt... Ich spiel so einen Eisen... Kennt ihr die unendliche Geschichte? Diese Typen, die nur Steine fressen? So ein dicker Typ! Steinbeißer? Nein! Danke, die meine ich! Stimmt, der linke ist ja noch voll da, Lu! Was erzählst du denn da? Von welcher Seite bist du denn gekommen? Wo muss ich denn draufschlagen? Ist ja egal, links ist links, oder? Obsidian zu lassen! Kameran, Alu! Hab ich draufgehauen! Ich mach alle zehn Schritte! Ja, das kann nicht schon wieder! Du bist ja mit zehn Prozent... Shit! Der Turm hat nur noch vierzig Leben, Leute! Der echte Linke! Wie die waschen haben! Er geht's! Ein Tower ist kaputt! Der hatte wirklich nur acht HP! Das war aber der rechte, oder? Nein! Ich weiß nicht, von welcher Seite du geguckt hast! Ja, von vorne! Ja, dann machst du Linke! Ist doch gemacht! Ich hab ihn doch kaputt gemacht! Immer wenn ich beim Turm vorbeirenne, hab ich so einen seltsamen Zoom! Ja, weil eure Axt liegt da! Also bei der Klasse, eure Axt bleibt ewig da liegen, da wo ihr die hingeworfen habt! Und die macht immer Schaden! Das sind die unsichtbaren Wände! Ja, da kommen wir nämlich nicht durch! Das sind eure Äxte! Oh nein! Das ist auch der Zoom! Das kommt von euren Äxten! Ach, du hast den Mittleren kaputt gemacht! Grrrrrrrr! Grrrrrr! 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 Was wollt ihr von mir? Wir sind so langsam! Das ist doch kacke! Hier! Fackelt in der Hölle, ey! Oh, verdammte Scheiße! Nein! Du kannst doch nicht mehr viel haben, oder, Julia? Wie flachst du? Hackel in der Hölle! Ähm, vier Hertz! Warum kannst du sowas und ich nicht? Weil ich... Ja, dafür habe ich kein Leben! Siehst du das? Brutaler Schlag esse ich jetzt! Der Schockmann guckt mich einfach nicht an! Ja, weil er beim Bier war! Er hat Bier zusammenverkommen! So ein brutal Hit! Siehst mich nicht! Jetzt kommen die Leute, sie kommen! Oh, wo ging der denn hin? Das war nicht... Kein Schaden leider! Ah! Der Toad ist da! Schön Kapuze! Der Toad! Nee, 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 nimm dir den Toad, ich geh mal hin! Nee, tust du nicht! Die sind alle down! No, wie lecker! Jetzt ist er da! Ich hab den Boom noch kaputtgekriegt! Der hat den kaputtmachen gemacht! Oh ne! Ja, wer, 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 wer schnabuliert hier? Ja! Hier schnabuliert! Aber, wenn ich tausche, wir nicht schaden! Oh nein, die Angst! Oh Gott! Linke Maus hast du immer wieder drücken! Krieg Sprühstuhle, ey! Du kannst du da drücken, oder was? Habe ich gerade, habe ich am Anfang gesagt, jeder Klick macht einen Damage. Ach so, ich habe gedrückt, deswegen mein Klapp. Ach, Scheibenkeister. Kapuze, hast du das gehört? Was denn? Jeder Klick, du musst immer klicken, nicht vielleicht drückst du auch immer. Wow, die ganze Armee, was ist denn da los? Ich hau ab. Ja, das ist von Grand City. Das war mein Ulti, jetzt habe ich kein Mana mehr. Jetzt lag, regt euch doch nicht so auf. Maru läuft durch, nach hinten, nach hinten, nach hinten. Wir sind eh schon so langsam und das Sloat halt noch zusätzlich. Also ihr seid ja dann sofort wieder weg, wenn ihr das trieft. Wir können nichts machen, wir können nicht nur blöd nachhupfen. Oder in die Base-Teleportieren. Muss man ein bisschen in Schnelligkeit investieren. Ja, die Schnelligkeit ist das. Vor allem, dass wir alle drei den gleichen Champ haben, war vielleicht nicht unbedingt die Besserung. Ja, wir hätten uns absprechen sollen. Können wir noch eine Runde machen. Auf welchen Fall abwärts? Also ich mag meinen. Ich kaufe mir erst mal was. Du musst, also wenn du kannst, musst auf die andere Seite vom Block gehen. Du darfst nicht gegen das Holz schlagen. Nein, aber ich meine, weil ihr habt noch vier Türme und wir haben noch, ne, ihr habt noch drei und wir haben noch vier. Also so schlimm ist es nicht. Wo kann ich dann in die Schnelligkeit investieren? Ich habe Damage, Skill, Health. Oh, Julia. Das war krass. Wo ist Schnelligkeit? Schnelligkeit, Speed. Wie gesagt, du musst auch bedenken, die Charaktere sind ja auch darauf ausgelegt, dass es auch noch andere Monster gibt. So, und wenn du ein langsamer Tank bist, musst du ja nicht schnell sein. Ich hole mir noch nichts, ich spare mir Geld. Oh, ich bin Instant. Boah, Lobius macht mega damage. Ja, also Damage machen wir definitiv gut, vor allem wenn man richtig kauft. Richtig schand. Du musst sie einfach anzünden. Komm, es dauern. Wie? Will die Brennen sehen. Jetzt müssen wir nur noch den, jetzt müssen wir eigentlich den Beacon, also fünf Türme haben wir kaputt gemacht. Ich glaube, er hat mir geschrieben, man kann die Base angreifen, dass wir nächsten Nutzerstück haben, fünf Tower down sind oder mehr. Das sind aber noch nicht alle down, meine ich. Fünf Tower aber. Echt? Ach, auch die vorne zählen. In der Base selber gibt es ja nur zwei. Die gibt es ja nur fünf, oder? Da kommen sie. Shit, sie haben mich ja... ...angreifen können. Oh Gott, da kommen sie ja. Julia, hüpfen sie. Julia, hüpfen sie. Julia, hüpfen sie. Hüpfen hier und dann. Zack, dann droppt das Netz. Warum haben wir uns in der Base, machen wir uns... Ach, schau, wie sie vorbeilaufen. Das ist genau das, wir können nichts machen. Ach, knallsch, die verdammte Axt reingelaufen. Mann, ist doch alles, alles toffig. Ich gebe back up. Ihr macht aber bestimmt auch mega damage am Tür. Ja, vor allem die hauen mich mit zwei Schlägen durch. Ja, ich wein auch. Aber wenn wir euch gerade drei Stunden nachlaufen... Oh nein, halbes Herz nur noch in unsere Axt gerannt. Ja, ich habe ein Herz. Töte mich. Aha! Nicht heute! Was ist das? Zack! Nein, nein, nein. Ja, ich komme gleich. Das haut zu. Komm noch, komm noch. Ja, ich komme nicht mal so nah. Lasst mich durch. Oh, die Axt! Oh, die Axt! Oh, nicht schon wieder. Die Axt! Die Axt! Die Axt! Ja, ich habe angegriffen. Ja, es ist so, was willst du da machen, als der Fähig warst du? Der Tau hat noch vier Prozent Schraub. Komm her! Oh, Lovias. Ich habe die Axt gefangen! Haha! Jawoll, eine Axt! Wie liegen wir hier denn? Nee, kannst du knicken? Ich bin hoch zu stehen. Ja, sie kamen, Leute! Oh Gott, ich bin in die Axt gerannt. Nee. Das leuchtet er links an. Oh, eine lange Axt! Ja! Das war gut. Wir müssen den ganzen Weg mit Äxten pflastern. Ja, was hier vorne ist. Äh, wacht. Bug-using. Ich schreibe einen Ticket. Aus-nutzung der Spielmechanik hier im Early-Game. Machen wir doch gar nicht. Können wir doch gar nicht. Also, wir kommen da hin. Die Königs, die Königs. Die haben Ron hinten uns alle. Oh, Feuer! Feuer! Ich brenne! Ich brenne! Oh Gott, da kommt einer. Was machen wir? Feuerballwerk. Ich brenne doch schon! Hier, da kommt Maru, da kommt Maru, da kommt Maru. Und noch einer! Hey! Zack, Hammer. Jetzt ist ja Esterix langsam. Komm aus der Helle. Wir haben damage. Oh, sie flieht vor mir. Was soll ich das jetzt sehen? Leute, greift da nicht vor. Ah, die hat sich versteckt! Oh Gott, ich sterbe jetzt, glaube ich. Erstmal, die sind eh beide in der Bade. Das heißt, wir können uns erstmal hier auf Julia stürzen. Ja, einer sollte verteidigen. Oh, Maru, du hast mir den Freck geklaut. Was ist immer dieses rote Ding, was... Das Cast hat nicht mal einer. Auf einmal ist es da. Du wieder. Oh, das ist aber nix. Ah, okay. Komm jetzt mit einem evil master plan. Habe ich irgendwas an Gold? Kann ich auch klettern? Yes. Ich bin jetzt hinter eurer Base, Leute. Da kommt einer. Wieder. Den holen wir. Hab ich dich erwischt, Maru. Hier, bei der Base. Ah! 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 Nein! Da los ist in der Base. Wow! Wo soll denn das? Oh! Oh! Nein! Haben wir jetzt gewonnen? Ja, die Fans jubeln. Da kriegen sie noch mal einen Feuerball von mir. Das nächste Mal ist heute mit definitiv anderen Chance mehr. Das war das erste Mal Minecraft Mobile außer Beta. Noch in der wirklich Anfangsphase. Es ist noch nicht komplett fertig. Wir geben einmal kurz den Bug weiter und sehen uns dann vielleicht beim nächsten Mal wieder. Und wie gesagt, wir haben noch Beta-Keys für euch. Aber dazu später mehr. Bis dann. Ciao Leute. Ciao Leute.